Du möchtest gerade Robux? Dann bist du jetzt zu spät, weil das hier ist ein Livestream-Ausschnitt von meinem letzten Livestream, wo ich Robux an meine Zuschauer verschenkt hab. Wenn ihr wollt, dass ich sowas öfter mache, dann liked das Video und jetzt viel Spaß! Äh, doch, ich sag, du hast besonders viel Glück, du kriegst von mir 380 Robux. Bitte sehr. Und jetzt geh ich die restlichen Stände durch, aber da geb ich dann nicht mehr so viele Robux, weil ich will ja nicht pleite gehen hier. Roblix Mix Pro. Ja, dann kriegst du von mir 50 Robux. So, viel Spaß damit. Du kriegst 22 Robux. Und wenn ich hier jetzt auch nur einen Stand sehe, bei dem nichts drin ist, dann bin ich enttäuscht von euch, weil ihr müsstet jetzt schon wissen, wie man Gamepässe erstellt und hinzufügt. Ich seh da hinten 3 in Folge. Okay, hier donate ich dann natürlich auch noch 7 Robux. Und dann sind wir bei dem Stand. Und wie soll ich donutten, wenn du weder ein Shirt hast noch einen Gamepass hinzugefügt hast? Wie gesagt, Gamepässe kann man kostenlos erstellen. Man geht einfach auf ein Spiel, das man hat und jeder hat seinen Standard-Plays. Er stellt einen Gamepass und wenn man den Stand claimt, wird der Gamepass entweder automatisch hinzugefügt. Wenn das Inventory öffentlich ist oder man geht hier hin, drückt E und fügt es selbst hinzu. Na, du scheinbar keine Anstalt machst. Aber Anton, ich hab ein kleines Problem. Was hast du für ein Problem, Victor? Ich hab meinen Standard-Plays nicht, weil ich es gelöscht habe. Du hast den gelöscht? Man kann die löschen? Die werden doch nur archiviert. Ja, man kann den löschen. Ich hab den gelöscht. Ich dachte, die werden archiviert. Nein, ich hab den komplett gelöscht. Der existiert nicht. Echt? Ich dachte, man kann nichts löschen in Roblox. Das war doch immer das Problem. Also, ich glaub, der existiert nicht. Zumindest, wenn ich immer auf nichts zergehe. Guck mal an deinen archivierten Sachen, weil ich glaube, du kannst keine Plays löschen. Ich schau mal nach. Ja. Ich glaub, der existiert nicht mehr. Ich glaub, das letzte Mal, dass ich nachgeschaut habe, hat der nicht existiert. Okay, dann sind wir gespannt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du hast den noch irgendwo. Ah, doch, tatsächlich. Ich hab den wirklich. Ich weiß auch nicht, wie du die findest. Donut me, please. Dich würde ich auch gerne donuten. Donut. Aber du hast immer noch nichts. Also, Bro, was soll ich tun? Was soll ich machen? Du tust mir das so. I have zero Robux. Hast du Pech? Der nächste ist hier. Please, even the Robux. Ich bin gestick. Please, even the Robux is enough. Please, give me. Wie? Wie? Wie soll ich dir was geben, hä? Erzähl es mir. Die steht da wahrscheinlich die ganze Zeit. Warum funktioniert das nicht? Even Robux. Ich kann mir echt vorstellen, dass da Leute stehen und einfach einen Preis eingeben. Weil sie denken, so kann sie was hinzufügen. Müsst die Game Pass ID hinzufügen. Ich bin's. Emil. Hey, Emil. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Weiter geht's. So, 50 Robux für Kimi TV. Habe ich's richtig gelesen? Ja, hab ich richtig gelesen. So, dann haben wir noch Tirolizzi. Kriegt von mir 75 oder 9. Na, dann machen wir halt. Den besitze ich bereits. Dann kaufe ich mir hier was für 30 Robux. Please, 30, please. Denk doch mal an Emil an, Tom. Emil. Ich weiß echt nicht. Denk nach. So, und dann gehen wir rüber zu Gamer Mich Scheuer. Und du kriegst von mir dann auch noch 20 Robux. Among Us Laptops kaufen. Ja, immer. Ich brauch die Among Us Laptops. Ich bin richtig. So, dann haben wir hier noch Donate Us. Da steht ja nicht mal was drauf auf dem Stand, aber ziemlich teure Sachen. Dann gönne ich mir mal den teuren Spaß. 50 Robux ist ja praktisch nichts, ne? Vor allem, wenn man das an 50 Leute gibt. 5 Robux. Und 187. Oh mein Gott, da muss ich viel donaten. Und bei Among Us musst du nicht viel donaten, aber bei 187? Was? Ja, natürlich muss ich bei 187 viel donaten. Wieso tust du Among Us das an? Ich weiß es nicht. Ich hasse Among Us. Among Us hat meine Frau geschlagen. Wieso tut du Among Us sowas? Ich weiß es nicht, aber das GUI hier will nicht. Ach, jetzt. Jetzt habe ich es geschafft, runter zu scrollen. Ich habe mein Mausrat in die falsche Richtung gesehen. Hm, 50 Robux. Finde ich gut. Big Donation. Alle haben hier dieses blöde Symbol für Donation. Habt ihr schon wieder irgendein Tutorial geguckt oder was? Emco007. Ist doch so, wenn alle das gleiche Bild haben, dann haben sie irgendwo irgendein Tutorial geguckt. So. Also halt auf den Shirts oder auf den Schirm. Stream, Conny ist der beste YouTuber der Welt. Alle, die derselben Meinung sind donaten. Ja, donatet mal bei ihm. Ich donate nicht. Pff. Na gut, komm, hier. Ja, 135 ist ein bisschen viel. Dann hole ich mir halt die günstigeren. So. Ach, da sind auch mehrere davon. Perfekt. Dann kann ich das auch machen. Leute, donatet jetzt mal bei ihm. Der arme Mann, der hat immer noch keine Robux. Und das dauert übrigens eine Weile, bis man die Robux bekommt. Ich werde immer wieder gefragt. Äh, ich habe Donation bekommen, aber die Robux sind nicht da. Mi, 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 mi. Ihr müsst etwa eine Woche warten, bis die Robux auf euer Konto gutgeschrieben werden, weil Roblox die so lange pending hält. Ihr könnt in eure Transaktionsübersicht schauen bei Roblox. Dann steht da auch, welcher Betrag pending ist und was ihr erwarten könnt. XXBaco. Ja, 100 Robux ist ein bisschen viel. Machen wir einfach weiter hier. Auch bei meinem eigenen Stand kann ich nichts kaufen. Wucher. Booth is free. Ey, jemand kann sich hier diese Booth jetzt noch claimen. Also wer von euch hat noch keine Booth, ha? Aha. Ich, ich, ich kann es irgendwie ahnen, dass hier irgendwo ein Noob rumrennt und sagt, please donate. Ah ja, jetzt. Roblox-Fan Adrian Leggo. Schlag ihn kaputt. Ah, es lädt sehr lange. Ich glaube, du hast keine Shirts. Wenn du keine hast, dann musst du jetzt hier schnell einen Game Pass hinzufügen. Ich warte ein bisschen. Ich warte ein bisschen, bis du was hinzugefügt hast. Hast du schon was hinzugefügt? Ich warte noch ein bisschen, weil es kann eine Weile dauern. Ich will dich nicht so sehr unter Druck setzen. Aber mach schneller! Ich hab nicht viel ganz Dachzeit. Genau. So, hier ist immer noch nichts, Bruder. Dann tut es mir leid. Aber ich habe lang genug gewartet. Wir gehen rüber zum nächsten Stand. Stream, danke für eure Donation. Ja, warum habt ihr noch nicht donated, Leute? Jetzt donatet doch mal. Kann doch nicht angehen. So, 007, wir sind wieder am Anfang angekommen. Und an der Stelle habe ich einen Wettkampf gestartet. Wer als erstes die Obby schafft, kriegt von mir nochmal eine Extra-Donation. Ich tippe alle hierher und der Erste, der mich oben bei der Obby besucht, der kriegt nochmal eine Donation. So, alle sind hier. Niemand hat einen Vorteil. So, der Nächste, der hier hochkommt, kriegt von mir nochmal eine Donation. Dann mal los. Victor, ich sag dir, die Leute, die wollen alle nur mein Geld. Ja, ja. Diese Leute sollen mal auf das Innere schauen. Ja, guck sie dir an, wie sie da unten runterfallen. Oh, er dachte sich gerade so, nein. Oh, da ist jemand, der da weit vorne ist runtergefallen. Ja, zwei Leute, Kopf an Kopf rennen. Und, und. Oh. Gamer mich scheuer war der Erste. Er hat es geschafft. Gamer mich scheuer. Dann gönne ich dir dann doch nochmal die 100 Robux, die ich dir vorhin nicht geben wollte. Und ich gönne jedem ein Schwert. Ich weiß gar nicht, was der Command ist. Gif. Schwert. All. Swar. Sword. So, der Letzte, der steht, kriegt nochmal eine Donation. Also der Letzte, der noch ein Schwert hat. Ha, tötet euch. Ha, ha, ha. Warte, ich muss natürlich gefährlich aussehen. Erstmal. Gott, me. Damit mir nichts passiert. Und zweitens. Size. Me. 3. Ha. Na los, vernichtet euch, ihr Blagen da unten. Ähm. Übrigens, damit wir herausfinden, wer gewonnen hat. Die Gewinner treffen sich hier bei mir. Hier hin. Und spielen dann wirklich eine Mongas. Äh. Genau. Am Ende. Wer es schafft, lang genug hier im Zirkel zu stehen, hat gewonnen. Darf er Mongas spielen? Nein, keine Mongas. Wie? Was soll das bedeuten? Der Letzte, der überlebt, gewinnt. Hey, wo sind denn die Leute mit Schwert? Da hinten kommt ein großartiger Krieger. Und noch ein Krieger. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Gibt es noch jemanden mit einem Schwert? Wenn ja, dann muss er das Schwert zeigen. Ah, da hinten. Oh. Er kommt zuletzt. Zu guter Letzt. Und? Und? Oh, das wird knapp. Das wird... Er hat es doch noch geschafft. Okay. Gut. Wenn irgendwer von euch noch ein Schwert hat, dann muss er jetzt... Jetzt kommen und es beweisen. Ansonsten hat Mango-Banane gewonnen. Wir warten noch ein bisschen. Aber nur ein wenig. Nur ein wenig. Oh, da ist er. Au. Aus dem Hinterhalt heraus. Okay. Du hast gewonnen. Sion. Ich kann deinen Namen nicht ganz lesen. Z, X, Y. Ich glaube Sions oder so. Dann suche ich einmal nach deinem Namen. Die habe ich schon die 50 Robux donated. Dann kriegst du halt noch die extra Donations hier unten drauf. Fortnite. Ja, Fortnite. Ich bin voll dabei. Yo. Ja. Ein bisschen extra Robux hast du dir verdient, indem du jemand anderen kaltblütig von hinten ermordet hast. So. Und dann werde ich einmal den Server wechseln. So. Ich edite erstmal meinen Stand in meinen Stand. Und gehe dann hier durch. Con E ist cool. Meinetwegen. Wenn du meinst. Kriegst du von mir ein paar Donations. Das ist ziemlich hochgestochen mit 1000 Robux. Nur weil ich es donaten könnte, heißt das nicht, dass ich es direkt donate. Weil das ist eine Menge. Das sind 10 Euro. Also 1000 Robux müsste ich wirklich drüber nachdenken. 10 Euro. Ja, eben. 10 Euro ist eine Menge. Das kann ich nicht einfach so rausgeben. So. Gameblocks 3000. Ich schon, aber. Ja, schon mal. Aber hier. Hier kann ich dann noch so eine Donation hier drücken. So. Dann der nächste Stand. Stream. 100 Robux. Ja. Vielleicht wenn du eine Challenge gewinnst. Gehen wir mal hier rauf. Das Frog T-Shirt. Ich wollte schon immer ein Frog T-Shirt. Leider darf ich nicht PC spielen. Es gibt immer ein zweites Mal. Außer hier beim Robux verschenken. Keine zweite Chance. Der Kauf von Frog T-Shirt ist fehlgeschlagen. Okay. Problem aufgetreten. Dann probieren wir es nochmal. Dann hier. Please. Please. Ello wie ein Pulli. Dann bitte irgendwas. Danke. Okay. Hi Conny. Hi Haschik. Haschik Baba. So. Bild 2022 312 224642 kaufe ich mir natürlich gerne. Und dann Biene. So. Hier kaufe ich mir auch was. Ja, ich sehe. Da hast du scheinbar ein paar Gampers hinzugefügt. Kommen wir mal runter. Und dann hole ich mir hier noch den für 30 Robux. So. Conny. Gib mir Bobux. Vielleicht. Vielleicht mache ich das. Oh. Diesen habe ich schon mal. Und diesen habe ich auch schon. Und diesen hatte ich noch nicht. Stimmt. Du hast ja im letzten Server schon so viel bekommen. Aber ich gebe dir dann halt nochmal. Weil du hast es nochmal reingeschafft. Und erschwingliche Preise bietest du auch noch an. So. I like money. Ich mag auch Geld. Also wenn ihr wollt. Könnt ihr mir natürlich auch echtes Geld nochmal per Post rüber senden. Also per Post. Damit das Finanzamt nicht nachfragt. Ja. Meinetwegen könnt ihr auch per YouTube spenden. So 50.000 Euro hätte ich schon gerne. Aber Anton. Da musst du Steuern zahlen. Hör. Ja. Meinetwegen. Und YouTube nimmt ja auch noch 5% oder 15%. Ja. Aber besser als gar nichts. Stimmt. Warte. Die nehmen ja ein Drittel glaube ich circa. Ich glaube das waren 25%. Wie viele Artikel habe ich bereits. Wie viele Artikel habe ich denn schon von dir gekauft. Wie viele Artikel habe ich schon gekauft von dir. Ah da. Nope Shirt. Da fuhre ich mir. 13 Anton. So. Dann haben wir hier noch Tirolizzi. Wollen wir mal für 75 Robux gönnen. Eigentlich wollte ich nicht über 50 Robux rüber gehen. Aber mach ich mal. Machen wir mal eine Ausnahme. Und meh dran Roblox Porfa. Ich wollte ja Porfavor schreiben. Tut mir leid. Kein Porfavor. Keine Robux. Wie kein Porfavor. Porfavor Robux. So. Dann donate ich hier auch noch bei dir. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ah. Ich steckte in der Brücke fest. Und hier. 18 plus 35 ist eigentlich mehr als 50. Aber ich bin schlecht in Mathe. Also kaufe ich trotzdem. So. Na gut. Hier gönne ich mir dann natürlich auch noch die Ananas. Oh mein Gott eine Ananas. Warum kann man nicht joinen? Man muss mir folgen um mehr joinen zu können. Und der Server muss natürlich auch noch Platz haben. Aber wir sind hier sowieso bald rum. Ich hab nicht unendlich viele Robux um die zu verschenken. Ja. So. Was nicht? Ne nicht. Nicht unendlich. Ich möchte mir dafür ja später noch ein Lamborghini kaufen. Deswegen kann ich ja nicht alle hergeben. So. Ich würde sagen hier hole ich mir zwei Donations. Einfach mal so. Booth is free. Wer hat sich die Booth noch nicht geclaimt? Also. Bitte. Jetzt mach mal. Das ist schon ziemlich. Könnte ich die Booth nicht zu claimen. Ja. Jetzt claimt doch endlich die Booth. Ich würde das niemals machen. Okay. Ihr wolltet sie nicht claimen. Dann eben nicht. Dann gönne ich mir hier einfach noch mal eine Donation. Oh. Hab ich schon mal. Dann halt die Donation. More Health. Oh. Ich wollt schon immer More Health. Yeah. More Health gekauft. Dann haben wir hier noch jemanden. Da kann ich mir auch noch ein bisschen was gönnen. Among Us 2. Oh mein Gott. Und das ist dann auch der letzte Stand. Weil da hinten kommt schon wieder mein Stand. Das heißt gleich können wir wieder eine Challenge starten. Aber was machen wir denn für eine Challenge? Also hab ich mal ganz schnell in eine kleine Arena gebastelt. Damit die Leute dort kämpfen können. Schwert. Schwert. Okay. Viel Spaß. Es ging jetzt ein bisschen schneller. Ich seh schon. Aber der letzte der oben steht gewinnt. Ich hoffe. Oh. Ich merke gerade. Es könnte passieren, dass Leute irgendwie auf verschiedenen Plattformen unten landen. Okay. Es sind noch vier Leute am Leben. Ich hab kein Schwert. Wie du hast kein Schwert? Alle haben hier ein Schwert. Und jemand hat mich gerade angegriffen. Das war aber ganz schön frech. Ich hab sogar zwei Schwerter. Ah. Guck mal. Drei Camper außen und einer in der Mitte, der sich mit den Leuten anlegen will. Einer mit Ehre. Na. Ich. Ja. Er hat's geschafft. Ich bin ganz auf deiner Seite. Ah. Jetzt ist es ein One on One. Leute. Traut euch. Na los. Und. Okay. So einfach ging das. Gut. Gewonnen hat Dream. Haha. Oh Leute. Du hast es überlebt. Sorry. Ich wollte einfach nur dafür sorgen, dass niemand mehr Schwerte hat. So. Dream hat gewonnen. Das bedeutet, du bekommst von uns sowas. Das hat noch irgendwer Schwerter. Und die theoretisch sollte keiner mehr Schwerte haben. Okay. Dream. Dann zeig mir mal da den Booth. Aber Dream ist auch ein Hacker. Ist das deine Booth? Ja. Dream ist ein Hacker. Ich weiß. Äh. Finn. Ja. Das ist deine Booth. Dann gönne ich dir einmal die 100 Robux. Bitte sehr. Und danach hat mir Crafter die ID von einem Handschuh geschickt, der das Ganze nochmal ein bisschen spannender macht. Und dementsprechend geht's in die zweite Runde. Jeder kriegt so einen Handschuh. Und der letzte, der steht, der... Ihr wisst Bescheid. Also sag ich jetzt. Hier. All. Dieser Handschuh. Und dann. TP. All. Me. Viel Spaß, Leute. Der letzte, der steht, gewinnt. Alter. Wie die sich wegkicken. Der letzte, der steht, wird gebannt. Was? Der letzte, der steht, wird gebannt. Ihr habt's verstanden. Hier unten sind jetzt noch Leute, die warten. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn der letzte hier oben steht, muss er mal noch runtergehen und die anderen Leute runterkicken. Das könnte interessant werden. Vor allem mit diesen Gegenüberstehenden. Oh. Lol. Ah. Sie sind beide runtergefallen. Okay. Jetzt haben wir einen oben und zwei unten. Und naja. Um das Ding zu Ende zu bringen, müsstest du jetzt hier runtergehen und erst den kicken. Und dann müsstet ihr euch beide auf dieser Plattform treffen. Und ich würde sagen, ich gebe euch beiden mehr Speed. Ich gebe euch 80 Speed. Und Jump Power. All. Gebe ich euch auch 150. So. Jetzt springt mal. Oh. Lol. Ich bin gesprungen. Ja, jemand ist gerade runtergesprungen. Das mit Jump Power hat nicht funktioniert. Das heißt, der soll springen. Ja. Jump Power funktioniert nicht. Lol. Ja, dann können wir die Jump Power nicht verändern. Oh. Okay. Ich weiß nicht warum, aber du hast es irgendwie gewonnen. Also wirst du jetzt weggeklatscht, Bro. Gut. Und wir sehen uns am Spawn. Du kriegst nochmal ein paar Robux. Und dann bist du weggebrannt. Bye. Ey. Na? Dann zeig mir mal. Inspektor Juli. Warte mal, du warst der Erste, der mich was donated hat. Du hast ja die erste Challenge gewonnen. Dann zeig mal deinen Stand. Inspektor Juli, renn zu seinem Stand. Oder auch nicht. Ich warte immer noch. Wenn du mich länger warten lässt, dann kriegst du eine geklatscht, Bruder. Geh mal weg hier. Weg da. Weg da. Ich mag den Handschuh. Danke, Crafter, für den Handschuh. Gefällt mir. So. Gar kein Thema. So, Inspektor Juli, du hast zweimal gewonnen. Du kriegst jetzt von mir jetzt 380 Robux. Ah, den habe ich schon. Ja, du hast gerade von Crafter bekommen. Aber na gut, ich will mir aber noch was von dir gönnen. Dann hole ich mir das für die 100 Robux, wenn ich dir vorhin schon die 380 gegeben habe. So. Gekauft. Und das sind schon 1134 Robux. Das ist ja ganz nett. Ich würde sagen, wenn ihr wollt, dass ich öfter Robux verschenke, dann lasst gerne einen Like da, damit ich das sehe. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao. Bis dann.